Suzuka DPA Die internationalen Presse stimmen zum großen Preis von Japan. Italien La Stampa Ferrari verrät Vettel erneut dieses Mal schmeißt ihn eine kaputte Zündkerze raus. La Repubblica Ferrari ist Italien. Ferrari ist oder war das Beste von Italien, ein Konzentrat aus Wissen, Expertise, Tradition und Innovation, technischer Handwerkskunst und Futurismus. Was für den freien Fall der italienischen Fußball-Nationalmannschaft gilt, gilt für Ferrari von Marchione ein verlorenes Team. Wo ist nur diese einst gelobte Kraft der Gruppe? Wir dürfen nicht da unten bleiben in Angst vor der Zukunft. Wir dürfen nicht ausgehen wie Zündkerzen beim ersten Mal pusten. Colliere della Sera Im Moment der tiefen Bitterkeit muss man einen Weg für Lösungen finden. Es scheint provokant, aber dieser Ferrari ist immer noch ein Wagen der Extraklasse. Es sind noch vier Rennen in Eel um das verlorene Lachen und den heiligen Enthusiasmus wiederzufinden. Spanien-Marke Ferrari beging Harakiri. Ein erneutes technisches Problem vergrößerte den Abstand zwischen Vettel und WM-Spitzenreiter Hamilton auf 59 Punkte. Sport der unanfechtbare Triumph von Hamilton in Suzuka und die Aufgabe von Vettel haben die WM praktisch entschieden. Der Brite hat seinen ersten Matchball am 22. Oktober in Austin. Bei Ferrari sind die Zuverlässigkeitsprobleme zum ungeeignetsten Zeitpunkt der Saison hervorgetreten. Mundo Deportivo Hamilton hat sich gestern in Suzuka als japanischer Samurai-Kämpfer verkleidet und Sebastian Vettel im Kampf um den Titel den entscheidenden Schlag versetzt. As Sieg von Hamilton und Aufgabe von Vettel. Dank der Null des Deutschen hat der Brite den halben WM-Titel bereits in der Tasche. LP Ferrari lässt Hamilton ohne Gegner. La Vengadia Der Kampf um den WM-Titel ist aus und vorbei. Lewis Hamilton hat der Auseinandersetzung ein Ende gesetzt. Mit der Zusammenarbeit von Sebastian Vettel oder besser gesagt mit der Zusammenarbeit von Ferrari und dessen ewigen technischen Probleme. Großbritanniente Independent vor nur sechs Wochen war Sebastian Vettel klar an der Spitze. Jetzt muss schon etwas ganz Besonderes passieren, damit der deutsche Hamilton noch abfangen kann. The Guardian für Lewis Hamilton ist die vierte Weltmeisterschaft nach seinem Sieg beim großen Preis von Japan in greifbarer Nähe. The Telegraph Wenn Hamilton Vettel beim nächsten Rennen in Osten mit mehr als 16 Punkten Vorsprung schlägt, ist die Weltmeisterschaft rechnerisch gelaufen. In Wirklichkeit ist sie das schon jetzt. BBC Sport Dort die Erwartung war, dass der Titelkampf bis zum letzten Rennen dauern wird und das Ergebnis unmöglich vorher zu sehen ist. Aber nach Hamiltons dominantem Sieg in Italien ist die Saison für Ferrari in drei Rennen in Asien in den vergangenen vier Wochen auf erstaunliche Weise implodiert. Zeitplan Japan Rennen 2016er Ergebnisse Infos zum Grand Prix Streckenplan Reifenwahl für Japan Geschichte des Rennens Statistik zum Japan Rennen www.bibbibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Untertitelung des ZDF, 2020